Was ist die Technik? Sie sind positiv und kreativ. Ich denke, dass noch mehr Bilder gemacht werden als jetzt schon, aber vielleicht ein wenig mit mehr Hintergedanken, vielleicht ein wenig mit mehr Geschichte dahinter. Ich denke, dass die Technik, um das auch noch schnell reinzunehmen, das sogar noch mehr wird vereinfachen, dass man sich auf diese Art mehr konzentrieren kann, was ich fotografieren möchte und mich weniger beschäftigen muss, wie ich das umsetzen kann. Das finde ich eine schöne Entwicklung.